So, es ist Zeit, Cinderella. Zeit? Zeit, weiterzumachen. Ich brauche eine Frau, du brauchst deine Mutter. Cinderella, du bist bald eine junge Frau. Du wirst Hilfe brauchen, Rat. Papa, was sagst du denn da? Ich habe jemanden gefunden, eine, die meine Frau sein will. Was? So, und jetzt versuchst du das bitte mal zu verstehen. Wie konntest du... Nein, Cinderella, es ist jetzt Zeit für uns, für dich und mich weiterzumachen. Nicht mehr zu weinen. Niemals! Auch nur daran zu denken, jetzt schon so schnell jemand an... Es ist ein Jahr her, Cinderella. Ja, ein Jahr. Ja, und die Zeit ist jetzt reif, du brauchst eine Mutter, wir müssen jetzt weitermachen. Geh weg, geh weg! Nein, ich weiß ja, dass das ein Schock für dich ist, aber du kannst nicht ewig trauern. Ich trauere, solange ich will. Jetzt beruhigst du dich mal, jetzt hörst du mir mal zu. Du bist zu viel alleine und Maria hat zwei Töchter, die können deine Freundin sein, deine neuen Schwestern. Schwestern? Ich will doch keine doofen Schwestern. Die Mädchen sind sehr nett. Du kannst dich doch... Aloysa und Constanza sind nett. Du kannst dich doch wenigstens mal mit ihnen beschäftigen. Das werde ich dir nie verzeihen. Niemals! Das war der flawed Pe overlook! Niemals! Untertitelung des ZDF, 2020